Oh ne, das gibt's nicht. Na ja, fangen wir doch mal von vorne an. Hallo, hier ist der Lars vom Podest. Hier laufe ich jetzt erstmal runter, um mir ein bisschen mehr Raum zu schaffen und euch auch ein bisschen mehr Einblicke von meinem Garten zu geben. Ja, ihr seht richtig, ich bin in meinem Garten, drehe ein Video, obwohl ich gesagt habe, ich mache Pause. Und ich mache definitiv Pausen. Die Grundregel war, mache Dinge, die dir Spaß machen, die dir gut tun. Und ja, das mache ich gerade in diesem Moment. Ich bin aber nicht so scharf auf Filmschneiden, deswegen wird das so ein One-Take-Ding ohne Unterbrechung. Mal gucken, wie ich mich so halte mit meinen Versprechern, die sind sonst echt häufig drin. Aber die schneide ich ja sonst raus, beziehungsweise Versprecher nicht. Also es sind ja bei mir meistens rote Fäden, an denen ich mich so langkange. Und manchmal habe ich die falsche Abzweigung genommen oder irgendeine Abzweigung genommen, wo ich gar nicht hin sollte. Was wartet heute auf euch? Upsi. Was wartet heute auf euch? Ich habe hier jede Menge Blumen stehen, das wisst ihr ja generell. Und der Insekten-Sommer hat begonnen und das möchte ich euch nicht vorenthalten, weil ich kam hierher und ich merke auf jeden Fall, da gibt es einen steigeren Insekten-Sommer, habe ich gelesen. Und das wollen wir heute mal überprüfen. Gibt es da einen Anstieg bei mir auf jeden Fall? Kann ich bejahen und da gibt es jede Menge zum zeigen und jede Menge Highlights und echt so schöne Ecken. Und das Leben in meinem Garten ist richtig schön gerade. Ja, ich fange jetzt zum x-ten Mal an. Und gerade der Versuch lief eigentlich sehr gut, bis sich die Kamera umdreht und merkte, der Bildschirm ist schwarz. Und das bedeutet, ich habe nicht auf eine Aufnahme gedrückt. Und das waren schon ein paar Minütchen. Jetzt fange ich gerade wieder von vorne an. Von vorne an. Deswegen so der Einstieg meines Videos. Da kam noch ein bisschen was nach, was mit auf das Video kam. So, ich werde jetzt mit euch ein bisschen im Garten rumtickern, gucke mir die Blumen an. Es wird kein Gartenrundgang. Auf irgendeine Art schon, aber nicht organisiert. Nicht so wie ihr das kennt. Eine ganz andere Geschichte. Mit euch ein bisschen Garten erleben, ein bisschen Lars dabei. Und ja, ich melde mich quasi aus der Pause. Und werde euch jetzt mal zeigen, was sich bei mir auch im Garten getan hat. Also es geht nicht nur um Bienchen und Blümchen. So als erstes einen kleinen Einstieg, weil er gerade hier ist. Ganz spontan. Hier habe ich mal wieder frei gemacht. Den Sven hatte ich zu Besuch. Und ja, aber ich werde mich hier nicht lange aufhalten. Ich habe gesagt, es geht um Insekten und Blumen. Hier so trotzdem mal so ein kleiner Einblick, wo ich gerade dran vorbeikam. Ja, hier vorne ist ja mein Naturzaun Hochbeet. Das könnt ihr jetzt hinter mir sehen. Und hier ist das richtig schön am Wachsen und Blühen. Hier vorne haben wir Minze. Hier war das auf jeden Fall gerade sehr, sehr voll. Als ich die Aufnahmen gemacht habe, ist es ein bisschen weniger. Macht nichts. Spielt auch keine Rolle. Die Natur funktioniert nicht nach Zeitplan. Da kann man sich nicht einmischen. Das wäre eine Illusion. Aber ein bisschen was bewegt sich hier. Ja, und das sind zwei verschiedene Minzearten. Also da könnt ihr sehen, weiß blühend und hier halt so ein helles Violett. Aber schön was los. Und direkt daneben auch immer gut besucht. Habe ich auch in meinen letzten Videos gerne gezeigt. Ist hier der Fenchel, der Blattfenchel, den ich auch über den Winter wachsen lassen. Im Frühjahr super intensiver, schöner Duft. Geschmack mega gut. Ja, und dann habe ich in die Blüte schießen lassen. Und das sieht jetzt so aus. Ist richtig gut besucht. Von Bienen, Wespen, Käfern. Jetzt im Moment sogar viel mehr Wespen. Ja, richtig schön. Nun gut, wir gehen mal weiter. Wir tingeln mal weiter. Oh, meine Banane. Von da habe ich gerade gefilmt und das Video angefangen. Da seht ihr noch die Nackherz im Hintergrund. Da habe ich auch jede Menge stehen. Und ich fange gleich mit einem schönen, schönen Highlight an. Denn das Ding hier. Ach, wisst ihr, die Biene macht es gerade wunderbar vor. Links am Ohr von mir schwirrt auch noch eine Biene rum. Die hat die Zwiebel entdeckt. Hier, guck mal. Da haben wir sie. Und da kam, glaube ich, gerade noch eine auf der anderen Seite. Ach nee, da ist so ein kleines anderes Insekt. Ach, wie schön. Auch mein neues Handy macht ja auch richtig, richtig tolle Aufnahmen. Selbst Zeitlupe. Da werde ich für euch auch irgendwann noch mal was einfangen. Ach, schön. So, in Schatten wollen wir nicht. Wir wollen die fleißigen Bienchen. Oh, na, komm runter. Ich tue dir nichts. So, also hier könnt ihr sehen. Richtig voll bestäubt. Hier die ganzen Pollen. Voll mit Staub. Nicht voll bestäubt. Das muss ich ja gleich mal gerade rücken. Das war jetzt so ein Moment gewesen, wo ich auf jeden Fall beigehe und nochmal von vorne anfangen. Genauso wie bei dem jetzt. Es lief nicht ganz so flüssig. Also es gehört zu mir, dass ich mich verspreche. Gar keine Frage. Habe ich immer an vielen Stellen irgendwo mal drin gelassen. Ja, und bei den Tomaten habe ich gemulcht. Ich habe nämlich die Schafswolle gekriegt. Die habe ich jetzt verteilt nach und nach. Ah, ich filme heute übrigens nur mit Handy. Sprich, wenn da mal ein Lüftchen kommt, wie in diesem Moment, das wird euch dann wahrscheinlich eher auffallen. Ich habe ja sonst mit Mikro. Das ist definitiv besser geworden. Hätte ich nicht gedacht. Ich hatte ja schon mal ein bisschen was mit Popshots probiert. Das war wohl noch nicht der Richtige. Und das jetzt. Ach, jetzt müsste Wind kommen. Obwohl das auf der anderen Seite. Vielleicht habt ihr Glück. Ja, ach, das ist so schön an verschiedenen Stellen hier. Und auch hier vorne bei der Minze. Direkt neben der Tomate und dem Kohl und so weiter. Da ist es auch am Blühen. Und alles voller Insekten. Da, guckt euch das an. Den Schatten wollte ich jetzt nicht drauf machen. Ich drehe mich noch mal ein bisschen rum. Das sind auch so Sachen. Egal, rede ich nicht mehr drüber. Ich möchte, dass ihr genießt. Hier kriegen wir vielleicht mal eine Nahe ran. Ich habe keine ruhige Hand heute, merke ich. Ich hoffe, das geht trotzdem gleich. Das sind so Momente. Da tappe ich mich dann doch. Ja. Da ist jede Menge los. Oh, jetzt läuft doch der Schweiß. Nach den paar Versuchen. Und hier vorne habe ich Tomaten. Und da gehen wir weiter zur Goldrute, weil da ist richtig Betrieb. Hier im Schmetterling. Ist das das Faunauge? Guck mal. Seht ihr den? Das ist er. Oh, wie schön. Guckt euch das an. Ach, ist das schön. Den will ich auch nicht verscheuchen. Das müsste das Faunauge. Bin ich da richtig? Ach, herrlich. Da könnt ihr das sehen. Ach, sowas kommt. Wenn es denn das Tier ist, der Schmetterling ist. Sowas kommt nur. Mann, ist hier Betrieb. Richtig Betrieb. Es kommt nur, wenn man Brennerse im Garten hat. Beziehungsweise Brennerse noch mal stehen lässt, damit sie sich fortpflanzen können. So, ist durch die Linse geflogen. Mann, hier ist das so schön gerade. Ich muss hier aufpassen. Vor mir ist eine so quer über den Weg. Nicht, dass da gerade eine Biene aktiv ist. Wow. Seht ihr das? Oh, da ist noch einer. Oder? Das ist ja noch mal gewesen. Möchte sich gar nicht filmen lassen. Ich glaube, wir haben auch schon genug in Kassen gekriegt. Schön, dass die Natur mitspielt. Also, ich habe hier doppelt im Betrieb. Definitiv ist mehr los. Definitiv viel, viel mehr los. Die Goldrude ist, das kann ich euch auch sagen, das ist ein ziemlich invasives Gewächs. Aber jetzt an der Stelle hier habe ich das gut im Griff. Ach, herrlich. So, ich habe euch versprochen, ihr seht noch ein paar Blumen. Und eine meiner neuen Lieblings gibt es bei mir nicht. Ich versuche immer alles zu wertschätzen. Und deswegen versuche ich nichts irgendwie auf eine Stufe oder tiefer. Oder es gibt immer, klar, persönliche Vorlieben, gar keine Frage. Aber jetzt, die Sonnenblume gehört definitiv zu meinen Highlights. Mag ich so, so gerne. Hier ist gerade auch eine Hummel aktiv. Kriegen wir sie noch näher ran. Jetzt muss ich euch ein bisschen verstellen, wird es wahrscheinlich wackelig. Es ist dunkel, ne? Ja, aber die Sonnenblume, wunderschön. Richtig, da vorne geht auch noch eine auf. Ja, und hier bei den Geschichtchen, beim Indianerbeet, gibt es auch jede Menge. Aber da kommt quasi die erste in der Mitte zu sehen. Und hier vorne habe ich noch eine. Oh, die ist schon ein bisschen über ihrer Zeit. Beziehungsweise die Zeit ist ja noch längst nicht vorbei. Bei mir stehen die ja richtig lange. Aber man sieht schon an den Blättern, die steht schon eine Weile offen. Ja, richtig schön. Ach, ist das herrlich hier. Ja, blümchenmäßig gibt es nach wie vor einige Stellen da unten mit den Kornblumen. Hier haben wir irgendwas Weißes dazwischen. Kann ich noch gar nicht zuordnen. Verzähl ja. Guck mal, hier habe ich auch weiter gemulcht. Und ich habe auch schon ganz viel Knoblauch rausgeholt. Aber da sehe ich sogar noch einen liegen. Hier in der Erde gibt es noch ein paar. Ich habe ein bisschen dichtgewuchert. Gehabt von der Quäkel. Das ist auch echt hier. Guck mal, was ich rausgeholt habe. Das ist schon... Da vorne liegt auch noch einiges. Das gehört hier alles zu. Ja, aber Spitzkohle steht super da. Die Tomaten haben Hilfe gekriegt. Da müssen aber noch zwei Stöcker im Boden, damit die auch über das Seilsystem dann ihren Halt kriegen. Genauso die Pflanzen hier vorne. Die brauchen auch noch ein bisschen was. Ich muss auch noch ein bisschen basteln. Ah, hier ist das so schön. Die blaue Kornblume. Ich mag diese Farbe so gerne. Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie schon einen blauen Garten hatte. Da haben wir eine schöne Wildbiene. Jetzt saß kurz eine Vespa auf meinem Arm. Oh, jetzt muss ich ihn mal ein bisschen zurückbiegen hier. Ja. So schön hier. Echt so herrlich. Wir können noch mal gucken. Hier beim Inkanatklä ist auch gerade eine Menge los. Das heißt eine Menge. Es ist im Schatten ein bisschen weniger schwerer zu finden. Und dennoch hier zum Beispiel eine Wildbiene. Bzzz. Oh, wie schön. Hier habe ich aber gerade noch andere gesehen. Nicht so wichtig. Vorfühleffekt. War schon deutlich mehr Betrieb. Gar keine Frage. Ach, herrlich. Hallo, Thomas. Nix. Nix? Nix. Er sagt nix. Er hat heute keine Lust wahrscheinlich, soll das heißen. Ach, herrlich. Das ist so schön. Ach, und auch auf den Zwiebeln. Auf den Zwiebeln habe ich am Anfang schon gezeigt. Das ist mal richtig schön betrieben. Ich sollte mal das Wort immer weglassen. Ich finde sie einfach toll. Ha. Vorfühleffekt. Dankeschön. Ja, es ist einfach überall was los. Richtig schön. Ja, normalerweise würde ich Blume und Blume und Blume euch so ein paar Sachen zusammenschneiden. Das merke ich gerade, weil ich ja nun sagte, ich will euch viele Blumen zeigen und viele Insekten. Ich glaube, Insekten haut das schon mal sehr gut hin. Aber so blumenmäßig, wie ich mir das so sonst vorstelle, da hätte ich euch jetzt so ein paar schöne Stellen zusammengeschnitten. Ich hänge einfach mal weiter. Ah, wisst ihr, wo ich noch gar nicht war? Ich kenne hier noch den Bärenklau von meiner Mutter. Sie stand ja mal spontan an meinem Gartentor. Da hatte wir den Bärenklau dabei und noch ein paar andere Pflänzchen. Der steht hier vorne und der sieht auch wunderschön aus. Vielen Dank nochmal, Mutter. Meine Mutter hat einen richtig dicken grünen Daumen, wenn man noch mal bei meinen Eltern im Haus guckt. Mit den Orchideen da, das ist der Hammer. Da hat sie zwei grüne Daumen sogar. Dicke grüne Daumen. Ja, aber ich will gar nicht abschweifen, was ich schon längst getan habe. Hier vorne haben wir noch Mädchenauge und wie gesagt, Bärenklau ist als erstes mal dran. So, jetzt muss ich mich ein bisschen umgewöhnen. Guckt euch das an. Schönes Gewächs. Auch so von oben, so von den Formen. Oh, ich muss das auch in die Mitte kriegen hier. Schön. Ein paar Aufnahmen kann ich euch nochmal aus der Nähe liefern von anderen Pflanzen. Ja, das war ein guter Anfang. Weiter geht's. Hier vorne, ups, jetzt bin ich in die Kamera gekommen. Da haben wir ja die, ach jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Mann, wie heißt die denn noch? Die Maive, jetzt habe ich es. Ja, so sieht es aus. Cool wächst. Die Fliegen haben mich auch gerade gerne. Ich bin auch am Schwitzen wie Sau. Gar nicht so einfach. Es ist brütende Hitze und ich bin auch nicht ganz so leicht angezogen. Da habe ich ein bisschen unterschätzt und mein Garten hat das noch angezogen. Bei uns im Norden ist es ziemlich kalt. Verhältnismäßig, so, wenn ihr da mal Wetterkarten geguckt habt. Ganz oben da, vor Sylt, vor der dänischen Grenze, da wohne ich. Und bei uns ist es halt alles ein bisschen kühler bisher. Also wir waren noch im Sommer. So Hitzeperioden hatten wir noch gar nicht. Und, ja, also Hitzeperioden, ja, Kontrovan, wie man es definiert für sich. Also so ein, zwei heiße Tage hatten wir. Das war es aber auch dieses Jahr. Also ich bin nicht traurig, da drüben ist alles cool. Nur mal so für den Stand der Dinge, weil ich das Ganze hier auch dokumentiere. Und, ach, ich werde hier abgelenkt vom Graswepfer. Ich muss hier weg. Verschwindet. Ja, die Fliegen. Sie haben was gern. So, ähm. Gut. Wollte ich noch ein bisschen was vom Garten sehen? Ich würde sagen, Insekten, Blumen und so. Da wird sich vielleicht das eine oder andere noch ergeben. Ich tingle doch noch mal ein bisschen durch die Beete. Eine Zucchini hatte ich schon geerntet. Da will ich jetzt nichts mehr zeigen. Oh, Füßalis. Füßalis. Zug kommt vorbei. Guckt euch das mal an. Das war es am Blühen. Oh, guck mal, da kann ich doch bestimmt schon was liefern aus der Nähe. Oh, ich komme nicht ran. Alles im Weg und im Schatten. Ja. Na ja, gut. Äh. Ist ein bisschen ungewohnt, in einem durchzufilmen. Das lenkt mich tierisch ab. Ihr merkt, dass ich sabbele auch so viel da drüber. Und so. Ich muss ja auch mal aufhören hier. So. Äh. Also muss gar nichts. Nee, gar keine Frage. Ich mache mich gerade nur selber. Äh. Kirre. Könnte man sagen. Ja, hier wächst das richtig schön vor meiner Nase. Das ist ein cool angelegtes Beet gewesen. Ziemlich spontan. Zack, 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 zack. Einfach irgendwie alles rein, was zusammenpasst. Äh. Nochmal nachgesät. Hier mit jungen Erbsen. Die sind mittlerweile so, so groß. So, so groß. So groß. Ja. Richtig schön. Und auch hier Kohlrabi. Richtig riesig. Das müsste auch ein super Schmelz sein. Ja, so sieht das hier aus. Hier bin ich auch jede Menge am Erbsenernten. Ich sehe auch schon ein paar Reife wieder. Oh, wisst ihr was? Da stiefel ich gleich mal rein. Nimm was mit. Und hier der Rosenkohle Erste von denen. Also, oh Gott. Ich muss euch umstellen. Ist ein bisschen doof. Da. Könnt ihr da reingucken. Da kommen schon die ersten kleinen, wie sagt man, Röschen. Da auch im Licht so ein bisschen oben links. Könnt ihr das sehen? Da. Ja. Auch schön. Da darf aber auch mal wieder Beikraut raus. Die Möhrchen und so müssen hier auch gut aussehen. Also, ich wollte hier mal ein paar Erbsen holen. Mit euch dabei. Dafür muss ich euch auch wieder umstellen. Ich weiß gar nicht, warum das hier so schwer geht. Ah. Da muss ich drehen. Ich stelle das nicht so oft um. Mal gucken, ob hier was ist. Da ist eine Reife auf jeden Fall. Räusper, räusper. Mann, jetzt habe ich den Froschirm halt. Das muss ich leider mal kurz drauf lassen. Zwei Erbsen habe ich jetzt mit. Alles nicht so wichtig. Ha. Da ist noch mal ein schönes Bierchen unterwegs. Ich will mir jetzt auch die Taschen gleich so vollpacken. Die packe ich jetzt mal zur Seite, weil sie das gleich so einen kleinen Wegproviant hat. Ja. Und die meisten kennen das von mir auch aus dem letzten Jahr. Ich feiere den Manga halt so derbe, weil er so in unterschiedlichen Farmen unterwegs ist bei mir immer wieder. Ich warte jetzt auch darauf, dass ich bald Saatgut ernten kann. Auch so ein Thema. Ich habe noch einiges auszusehen. Das würde ich euch aber in einem anderen Video dann zeigen. Entweder schon, wenn es ausgesät ist, damit ihr wisst, das könnt ihr noch in den Boden hauen. Also dicke Bohnen geht zum Beispiel. Da könnte man auf jeden Fall irgendwie noch beigehen. Habe ich auf jeden Fall vor. Salat und so weiter. Da habe ich ja was vorgezogen. Da gibt es noch ein bisschen was umzupflanzen. Hier da vorne dachte ich an den Salat. Ja, aber ich war gerade beim Mangold. Die wunder, wunder, wunderschönen Farben. Die ich finde hier wieder ganz toll zu sehen. Mann, das ist viel zu hell. Ich erkenne das auf dem Display nicht richtig, wie gut das jetzt hier wirklich abgefilmte. Ja, aber superschöne Pflanze. Und was regt sich hier durch? Das ist die Kapuzinerkresse. Da macht sie sich breit. Na, kann man die? Doch, die kann man super sehen. Ja, so sieht es bei mir gerade aus. Die alten, dicken Bohnen, die kommen auch demnächst weg. Beziehungsweise erstmal auf die Liste. Ah, das Mädchenorga habe ich noch versprochen. Ist doch so, ne? Mit dem Mädchenorga. Tja. Schöne Pflanze. Na, alles okay? Ich habe einen Zaungast. Ja, oh, das tut mir leid. Da gibt es noch jemanden, der Probleme hat mit dem Amt. Wollen wir mal gar nicht größer ausweiten. Da mache ich auch gleich einen Punkt. Hier vorne habe ich irgendwie mal wieder selbst ausgesäte Tropf. Wie heißen sie denn noch? Mohn. Hier, guck mal. Schöne Farben. Die Farbe hatte ich auch noch nicht. Also die hier schon. Aber die da hatte ich noch nicht. Au! Jetzt bleibe ich gerade mit meinen Haaren hängen. Ja. Kartoffelacker habe ich nicht weiter geerntet. Die Pflanzen gehen nach und nach ein. Das heißt, Ernte geht bestimmt mal los. Ja. Hier ist es weiter schön. Herrlich. Schaut euch das an. So, hier. Radieschen, Radieschen. Da ist bestimmt auch schon was zu sehen. Oh, das ging ja fix. Da unten. Guckt euch das an. Schön. Da auch. Oh, die wollen sogar schon in die Blüte schießen. Nee, das ist noch alles im Rahmen. So, und hier unten. Oh, da haben wir die Weißen. Super. Ich denke, das konntet ihr kurz erkennen. Die Gurken. Das ist so schön. Hier habe ich das irgendwo in eine große Weise gesehen. Da. Also, erntemäßig hier die Weißen. Das hat sich schon richtig gelohnt. Guckt, da hinten seht ihr auch schon die nächste, die größer werden wird. Ja, und dann, hier auch. Das sind schon so die Größen, die man so zum Snacken haben kann. Da unten seht ihr die. Oh, da sind noch viel mehr größere. Da vorne sehe ich noch nur riesige. Aber ich muss euch die nicht zeigen. Das einzige, was ich euch hier zeigen werde, sind die riesigen Zwiebeln. Das ist der Oberhammer, wie meine Zwiebeln aussehen. Aber seht selbst. Hier ist so ein Apparat, der richtig schön groß ist. Dafür würde ich euch auch noch mal umklappen. Für die Nahaufnahme. Könnt ihr das erkennen? Ich denke, das geht ganz gut. Vielleicht gebe ich das noch mal hoch. Da gibt es hier drüben. Schön. Also das ist ein richtig großer Barade. Da sind auch noch ein paar mehr zwischen. Ach, auch hier, ne? Die Ringelblume. Darf ich ja an anderer Stelle auch noch mal, dass da was geht. Auch hier. Muss ich nicht mehr zeigen. Also, da bin ich auch ordentlich am Ernten gewesen. Ich kann dieses Jahr irgendwie die Rote oder die Bete nicht ab. Ich kriege allergische Reaktionen im Hals. Deswegen habe ich das auf jeden Fall bisher abgeben müssen. Ein, zwei habe ich probiert. Aber es ging einfach nicht. Ich kriege echt so... Auf jeden Fall Allergie. Und damit ist nicht zu spaßen. Mit besserer Ernährung, wenn das alles wieder ein bisschen rohköstlicher läuft von mir, habe ich mit solchen Sachen übrigens gar kein Problem. Gesunde Ernährung bringt definitiv was. Ich merke, je ungesünder, umso mehr Allergie-Reaktionen, Migräne und so weiter. Aber je rohköstlicher war meine Erfahrung, umso weniger hatte ich mit diesen typischen Symptomen zu kämpfen. Ja. Keine Luft. So was zum Beispiel. Ja. Ich habe ja oft Garten- und Gänge gedreht, die letzte Zeit. Da hört man sogar mein Atmen. Ich habe auch eine Pollenallergie. Was suche ich dann im Garten? Ah, die Pflanze ist das. Die macht sich eine Nachtkerze breit. Ja. Egal. Das Thema ist jetzt auch nicht wichtig. So, und hier haben wir doch noch eine Fisales, die Andenbeere. Schön. Und die Tomatello kriegt auch so ihr erstes. Hier breit gemacht hat sich die Ananas Salbei oder das Ananas Salbei. Und hier haben wir nochmal Knoblauchgras, was so geblüht hat. Ich finde es einfach schön, wie es ist. Ich habe da noch nicht viel geerntet, muss ich sagen. Also so zum Wegschnatzen mal probieren. Tolle Sache. Aber so insgesamt nicht viel Stress. So, und ich hatte ja so irgendwann nochmal eine Artischocke umgepflanzt. Mann, die ist kall gefordert. Na, das sieht mir nach Schnecken aus. Sehe ich das richtig? Ah, die ist hart. Da gehe ich. Da kommt in der Mitte schon wieder was. Die andere sieht so aus. Die war auch gleich. Aber da ich gemerkt habe, das hier nimmt so richtig Platz weg, habe ich das ein bisschen weg versetzt. Und ja, damit sich das nicht im Gehege ist. Mann, ich schmilze dahin. Das ist wirklich warm. Oh, hier wie so ein Zepter. Aber es geht weit weg. Also ich finde diesen Winkel, den ich jetzt benutzen kann, diesen Weitwinkel, der ist definitiv bereichernd für meinen Kanal. Ich denke, ihr da draußen denkt das auch. Der ein oder andere auf jeden Fall. Also Kameraführung und so, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber es geht jetzt rein um die Technik dieser Weitwinkel. Da habe ich viel positive Resonanz gekriegt. Es ist eine schöne Sache und macht mir auch unglaublich viel Spaß, weil ich auch viel mehr für Linse kriege. Guckt mal, ihr habt jetzt im Hintergrund jetzt vielleicht sogar ein bisschen Sonne. Und der Himmel ist so schön. Guckt euch das an. Also die Kamera ist keine Kamera an sich. Also keine Hauptkamera, sondern es ist ein Handy. Aus dem letzten Jahr ein gutes Modell. Ich mache mich da immer schlau und gucke viele Tests an, bevor das nächste Handy kommt. Alle zwei Jahre gibt es ja bei mir ein neues Handy. Und ja, so komme ich an diese tollen Videos letztendlich. Oder Videoaufnahmen. Ja, was habe ich denn noch hier so zu zeigen? Hier ist ja so viel Schönes los. Hier meinte ich, oder vorhin meinte ich ja, bei dem Pfauenaugen-Schmetterling, also das Pfauenauge, wenn man Brennlas entstehen lässt, das ist so der Platz, wo sie sich dann vermehren. Und ja, anscheinend hat sich das gelobt. Das war jetzt schon der zweite. Ich habe ja gerade auch erst ein Video gedreht. Da kam er sogar hier an der Stelle, wo ich gerade laufe. Oh, Mensch, das sieht so schön aus mit dieser Artischocke. Guckt euch das an. Herrlich. So, was machen wir denn? Zeige ich euch noch was? Zeige ich euch nichts? Aussehen? Nee. Es muss noch genug übrig bleiben für einen weiteren. Oh, jetzt hier bin ich ein bisschen verkippt noch. Es muss noch genug Zeit bleiben für einen weiteren, also für einen Gartenrundgang, Raum. Und Gartenrundgänge gab es im Juli genug. Zwei müssten das gewesen sein, oder? Ein, zwei? Ja, doch, zwei Stück. Und ich möchte jetzt nicht mehr noch am 31. einen weiteren filmen. Deswegen so ein bisschen eine andere Folge, trotzdem ein paar Highlights aus dem Garten. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Freut mich auf jeden Fall für alle, die bis hierhin drangeblieben sind. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr wieder das nächste Mal dabei seid. Und sage an dieser Stelle, Tschüss, euer Lars und weg. Tü-dü.